Kapitel 5 Demütig beten Aber der Zöllner stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Lukas 18, Vers 13 Um die Bitte des Zöllners und ihre Erhörung nicht falsch zu verstehen, sollten wir zuallererst anmerken, dass der Zöllner nicht erhört worden ist, weil er ein Zöllner war. Es muss ehrlich gesagt werden, dass der Pharisäer, auch wenn er nicht besser war, doch besser handelte. Es wäre ein großes Missverständnis, die Strenge und Enge des Pharisäers als solche zu missbilligen. Es gereicht dem Menschen überhaupt nicht zur Ehre, dass er aus dem Zollhaus geholt werden muss. Ein Zöllner, das war ein Beamter im Dienst der Obrigkeit. An sich ist das keine Sünde, aber wir müssen hier wissen, dass dieser Mann eigentlich im Dienst der Römer stand. Israel war durch die römische Streitmacht besiegt und besetzt worden. Viele Steuern mussten die Juden dem Feind bezahlen. Und nun waren es die Zöllner, die sich dazu hingaben, von ihrem eigenen Volk Steuern zugunsten dieser heidnischen Herrschaft zu erpressen. Waren sie denn so sehr römisch gesinnt? Das nun auch wiederum nicht, sondern sie taten dies, weil sie sich dadurch selbst verbessern konnten, denn sie empfingen nicht nur ihren Lohn vom römischen Stadthalter, sondern forderten auch viel mehr von ihren bedrückten Mitbürgern, als von den Römern gefordert wurde, sodass sie einen großen Teil des empfangenen Geldes für sich selbst behielten, um sich damit zu bereichern und nach ihren Lüsten leben zu können. Hatte nicht auch der Zöllner Zacchaeus selbst von dem gesprochen, was er anderen durch Betrug weggenommen hatte? Wir brauchen nicht näher darzulegen, dass ihr Reichtum zu einem sündigen Leben führte. Wo nämlich Geld ist, da öffnen sich auch sogleich alle Türen des sündigen Genusses. Mit demselben weiten Gewissen, mit dem sie ihre eigenen Landsmänner betrogen, konnten sie auch in der Sünde leben. Zöllner und Sünder, so werden sie oft in einem Atemzug in der Schrift genannt. Kein Wunder, dass die Menschen den Umgang mit ihnen mieden. Ein armer, ehrbarer Mensch weigerte sich, ein Almosen von ihnen anzunehmen. Sie waren Verräter und Erpresser des eigenen Volkes und dazu Ehrlose und Gesetzlose. Sie hatten sich also der Verachtung des Volkes würdig gemacht. In diesem Licht betrachtet, kommt das Gebet des Pharisäers uns noch näher, denn wer ist, wenn er dies über den Zöllner hört, nicht geneigt, dafür zu danken, dass er noch besser sei. Umso mehr als die Pharisäer auch noch den Armen wohl taten. Nur taten sie es, um von den Menschen gesehen zu werden und um bei Gott den Himmel zu verdienen. Doch ansonsten handelte ein Pharisäer wirklich besser, wenn es nur um das Handeln ging. Wir haben deshalb für einen Zöllner kein gutes Wort übrig. Und wäre Christus nicht auf die Erde gekommen, um Sünder zu erretten, dann wäre er nie in das Zollhaus hineingegangen, als nur, um es gerechterweise zu verderben. Hier jedoch sehen wir einen Zöllner nicht im Zollhaus, sondern im Tempel, wo er ist, um sich vor Gott zu beugen. Gott ist ihm zu stark geworden. Und die Sünde ist ihm zu viel geworden. Ja, dann sucht ein Mensch einen Ort, wo er sich vor dem Herrn ausschütten kann. Obgleich er dann anerkennen muss, dass es gerecht wäre, wenn er ewiglich von Gott verstoßen würde, kann er es doch nicht lassen, das Angesicht Gottes zu suchen. Man sollte gerade meinen, dass so jemand so weit wie möglich vor Gott fliehen würde. Aber nein, sie kriechen dem Herrn hinterher. Und wenn sie dabei umkommen, dann kommen sie eben dabei um. Was werden die Menschen ihn verachtet haben, als er in den Vorhof hineinging? Sie werden ihn als einen Aussätzigen betrachtet und mit den Augen einander zugerufen haben, unrein, unrein. Der Pharisäer findet es so schlimm, dass er dies in seinem Gebet nicht verschweigen kann. Das kann man doch nicht einfach wagen, als so ein Stück Dreck innerhalb der Tempelmauern zu erscheinen. Doch wer dies noch am wenigsten wagte, das war dieser Zöllner selbst. Er wusste es auch selbst am besten, dass er der Geringste war und bei jedem Schritt, den er tat, war es auch in seinen Augen Unrein, unrein, bis er sich nicht mehr weitertraute, sodass er von Ferne stehen blieb. Von Ferne. Da fand er seinen Platz, hinten mit niedergeschlagenen Augen. Wenn er auf diesem hintersten Platz nicht schon vor den heiligen Augen Gottes vergehen musste, dann sah er dies schon als ein großes Wunder an. Und das war kein niedriger Hochmut, wie man schon mal viel zu leichtfertig sagt, mit dem letzten Platz zufrieden zu sein. Nein, das hier war wahrhafte Demut. Was ist sie doch für eine angenehme Gebetshaltung, die Demut. Sie ist das Erste, was ein Sünder lernt, und auch das Letzte. Der Zöllner wagt es nicht, die Augen aufzuheben. Es ist zu viel geschehen, als dass er Gott ins Angesicht zu sehen wagen könnte. Er naht ihm mit einer heiligen Scham. Einerseits kann er es nicht lassen, Gott zu suchen. Er muss zu demselben Gott hin, gegen den er gesündigt hat. Doch andererseits traut er sich nicht. Diese Haltung kennt jeder Sünder, der Sünder geworden ist. Mit niedergeschlagenen Augen schlägt er die Hand auf die Brust. Wenn es in einem Menschenleben schiefläuft, dann schlägt man oft seine Hände vor dem Kopf zusammen, als ein Zeichen dafür, dass man im Elend keinen Rat mehr weiß. So bedrückend kann es unter den Folgen der Sünde werden, denn diese Folgen können so bitter sein. Selig jedoch, wenn die Ursache aller Bitterkeit in uns selbst gefunden wird, das heißt in unserer eigenen Sünde. Dann schlagen wir die Hände nicht vor dem Kopf zusammen, sondern schlagen wir die Hand auf die Brust, wie dieser Mann. Dort, wo der Schmerz sitzt, legen wir oft unsere Hand hin und wir denken, hier sitzt es. Auch der Zöllner legt die Hand dahin, wo der Schmerz sitzt, der geistliche Schmerz. Es ist so, als ob er sagen will, hier sitzt er, da drinnen, wenn er die Hand auf die Brust schlägt, auf sein Inneres, den Sitz der Sünde. Seine Sünde ist ihm eine Wunde geworden. Er hat einen Schmerz, der schlimmer ist als körperlicher Schmerz. Es ist der Schmerz der Sünde. Ja, das ist eine demütige Gebetshaltung. Ein verwundeter Mensch, der sich selbst mit dem Schwert seiner eigenen Sünde tödlich verwundet hat. Dann erst beginnt der Zöllner zu reden. Die Haltung geht den Worten voraus. Was bestehen doch für unendliche Unterschiede darin, wie wir uns vorbereiten, Gott zu nahen. Man kann mit denselben Worten dieses Zöllners es doch noch an dieser Haltung fehlen lassen. Es geht hier nicht allein um das, was gesagt wird, sondern noch viel mehr kommt es darauf an, in welcher Haltung ein Mensch dem Herrn naht. Der allwissende Gott sieht zuallererst das Herz an. Gott, sei mir Sünder gnädig. Eigentlich steht hier im griechischen Grundtext O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Er empfindet sich also nicht als ein Sünder, sondern als der Sünder. Für ihn gab es nur einen Sünder und das war er selbst. Solange wir noch ein Sünder sind, einer von vielen, und solange der Begriff Sünder noch ein allgemeiner Begriff für uns ist, solange sind wir noch nicht der Sünder vor Gott geworden und hat noch nie ein persönliches Beweinen unserer eigenen Schuld stattgefunden. Wir können dann zwar noch anerkennen, dass wir ein Sünder unter den vielen sind mit Fehlern und Gebrechen, aber der Schuldbrief ist dann noch nie persönlich an unserer Adresse in Empfang genommen worden. Wenn das geschieht, dann gibt es keine Verschonung mehr hinter den Sünden eines anderen, sondern dann werden wir selbst der einzige und der größte Sünder. Dann stehen wir allein, allein vor Gott. Welche eine demütige Haltung vor Gott, nicht einer, sondern der Sünder zu sein. Und was ist denn eigentlich ein Sünder vor Gott? Um dies zu verstehen, sehen wir auch wiederum genau nach, was im Grundtext steht. Dort steht eigentlich ein Wort, das bedeutet, das Ziel verfehlen. Ja, das ist ein Sünder, und das empfindet er bei sich selbst, dass er das Ziel verfehlt hat, jenes herrliche Ziel, mit dem er im Paradies geschaffen worden ist, nämlich für Gott zu leben. Dieses Ziel haben wir verfehlt, weil wir uns von Gott losgelöst haben, um fortan für uns selbst zu leben. Der Prophet Daniel erwähnt viele Sünden des Königs Belsazas, als dort jene Hand an die Wand schrieb, Thekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Daniel 5, Vers 33 Doch die Hauptsünde fasst er zusammen, als er zum König sagt, den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Daniel 5, Vers 23 Stellen Sie sich das einmal vor, das Ziel verfehlt. Dann haben wir nicht nur Sünde, sondern dann sind wir Sünde. Und so naht hier dann nicht ein Mensch mit Sünde zu Gott, sondern ein Mensch, der auch selbst Sünde ist. Das ist ein Sünder. Wird einem das nicht zur Demut verhelfen? Worum kann man dann noch anders bitten, als um Gnade? Er hat keine Zehnten anzubieten. Noch weniger kann er sich dessen rühmen, dass er zweimal in der Woche fastete, wie der Pharisäer. Allein Gnade, Gnade oder Sterben. Und wo ein Sünder um Gnade bittet, da beinhaltet dies von selbst, dass er es Gott überlassen muss, ob er sie geben will oder nicht. Da wird Gott in seiner Allmacht anerkannt, und da will man nichts Unrechtes von Gott wissen, auch wenn der Himmel verschlossen bleiben sollte. Gnade ist frei, ansonsten wäre sie keine Gnade mehr. Es braucht dann auch kaum hinzugefügt zu werden, dass solch ein demütiger Beter selbst nichts um sein Gebet gibt. Es ist allerdings sehr wohl nötig, dies hier anzumerken, da man schon mal die Klage hört, wäre mein Gebet doch nur echt. Es kann sich eine arminianische Ader hinter diesen Worten verbergen, ein Irrtum, bei dem man wirklich der Ansicht ist, dass es um die Würde eines Gebets ginge. Wer darauf wartet, der wird bis zu seinem Tod vergeblich warten. Dieser Zöllner wollte nicht erst wissen, ob sein Gebet wohl echt war. Echt oder nicht, er konnte nicht anders. Übrigens ist noch nie jemand um der Würde seines Gebetes willen erhört worden. Die Demut selbst kann die Himmel nicht zerreißen. Das wusste dieser Sünder sehr wohl auch. Er kommt dann auch nicht mit seiner Demut. Hätte er das getan, dann hätte er doch etwas gehabt, was er Gott hätte anbieten können, und dann hätte er sich im Grunde der Sache doch nur wenig von dem Pharisäer unterschieden. Lassen Sie uns also gut den Gedanken verstehen, dass die Haltung selbst den Himmel nicht bewegen kann. Wer dies versucht, landet im Dunkeln. Die Demut besteht also darin, allein von Gnade abhängig zu sein. Und dann mag es viele Gebete geben, die nicht erhört werden, weil Gott es in seiner Weisheit anders gefügt hat. Doch ist ein Gebet um Gnade noch nie abgewiesen worden. Der Zöllner hat dies erfahren, denn er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Fragen Sie jetzt nicht, war er denn so schnell gerechtfertigt? Denn in der Gnade liegt alles, sei es, dass zum ersten Mal ein Krümel Gnade aus dem Himmel fällt, sei es, dass man im weiteren Verlauf immer mehr davon hört. Hieraus können wir also lernen, dass man letztlich nur um eines zu flehen braucht, nämlich um Gnade. Vor allen Dingen um Gnade. Ist das auch Ihr Gebet geworden? Was für ein kurzes Gebet! Es ist eigentlich nur ein Gebet mit einem Wort, und doch ist es für den Herrn nicht zu kurz. Doch dieses eine Wort geht mit einem gebrochenen Herzen einher. Um Gnade zu bitten, das beinhaltet die Anerkennung des gerechten Gerichts Gottes und ihres eigenen verlorenen Zustands. Es bedeutet, dass sie Gottes Recht billigen und ihrem Urteil zustimmen, auch wenn dieses Gebet abgewiesen werden sollte. Diese Haltung ist also für einen Menschen sehr erniedrigend. Die Krone ist ihm hier vom Kopf gefallen. Er muss sinken und versinken, es sei denn, dass er in den Armen des Wohlgefallens Gottes landen darf, das heißt in Christus. Denn die Quelle der Gnade ist allein Christus. Es muss alles auf die Rechnung eines anderen kommen. Ein anderer muss das tun, was man selbst nicht mehr tun kann. Um Gnade bitten, das ist also eine Übergabe von sich selbst an die Allmacht Gottes und zugleich ein sich Stützen auf die Erbarmungen Gottes. Doch wie wird der Herr in solch einem Gebet verherrlicht? Es ist Gott so wohlgefällig, wenn da vor dem Thron seiner Majestät ein gefallener Mensch seinen Fall anerkennt. Es ist dem Herrn so angenehm, wenn ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter zurückkommt. Ja, mehr noch, der Herr wartet auf solch einen Sohn oder solch eine Tochter. Als sie dort von Ferne standen und die Augen nicht aufzuheben wagten, konnten sie nicht sehen, dass es einen Bürgen gab, der auf die Schuld wartete. Ist dies für dich, o armer Sünder, nicht ermutigend? Der Herr wartet nun gerade auf deine Schuld, denn es gibt einen Bürgen für die Schuld, und es ist ihm im Rahmen seiner Bürgschaft eine Freude, seine Kreuzverdienste Zöllnern und Sündern schenken zu können. Wir können für Jesus nie zu schlecht sein, um uns ihm zu nahen, nur zu gut. Behalten sie dann nur den Mut, lassen sie nicht los. Es ist der Satan, der sie vom Thron abhalten will, weil sie zu schlecht seien, denn der Teufel weiß auch sehr genau, dass es einen Thron der Gnade gibt. Er will nicht, dass sie in den Armen der Erbarmungen Gottes landen, und deshalb versucht er, alle Mittel anzuwenden, um sie nicht in ihr Kämmerlein gehen zu lassen. Zu dem einen sagt er, du bist zu gut dafür, zu dem anderen, du bist dafür zu schlecht. Und da die Sünde bis zum letzten Atemzug in uns wohnen bleiben wird, werden sie auch nie über die Bitte des Zöllners hinauskommen. Das haben sie anfänglich zwar gedacht, aber es wurde immer schlechter anstatt besser. Die Kraft des Verderbnisses hört nicht auf, und je näher sie zum Thron Gottes kommen, werden sie ein umso größerer Sünder. Unter dem heiligen Licht dieses Thrones werden sie in zunehmendem Maße Gnade benötigen. Es wird nicht nur ein Empfangen von Gnade, sondern es wird auch ein Leben aus Gnade. Das ist ein Leben aus Christus. Ansonsten heißt es noch umkommen. So wird es dann auch die letzte Bitte sein müssen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Denn allein Zöllner und Sünder werden zur Himmelspforte eingehen. Gnade